So, nachdem ich mal XCOM, nachdem ich mal einmal voll auf meine Tastatur gehämmelt habe, das konnte man glaube ich noch hören in der Aufnahme, ist die Aufnahme exakt abgebrochen und XCOM war dann nur noch so groß und es war nur noch ein schwarzer Bildschirm. So. Mich kotzt das an, wenn ich meiner Steuerung beraubt werde. So, nun. Und ich glaube, das ist gutes Recht. Ja, ja, lad mal. Wenn ich nochmal von vorne anfange. Diesmal gehe ich nach links. Rechts ist einfach nur zu viel Fuck. Kann diese Scheiß-Kack-Serien denn mal ausgehen? Ja, ich bin ein bisschen angepisst gerade vom gesamten Spiel. Jetzt habe ich mehr Aufwand, wenn ich die Videos schneide. Das finde ich cool. Nee, dann schwenkt die Kamera da hin. Dann muss sie ja auch noch dorthin schwenken. Und dann passiert da was. Und dann kommen dort noch Gegner. Das finde ich gescheated. Das ist... Das ist nicht... Ja, kacken wir es an. Das ist genau das Richtige. Das ist... Nicht mehr fair. Einfach nur nicht mehr fair. Guck mal. Jetzt geht's natürlich. Aber wenn überall was passiert. Und die Kamera überall hinfliegt. Und auch während mein Zug da hin kommt. Das finde ich nicht gut. Das muss ich direkt mal klarstellen. Ja, das sind Call of Duty-Spieler. Das scheint eine bedeutende Weiterentwicklung zu sein. Das ist keine Weiterentwicklung. Das sind einfach nur Wichs-Geschnubbel. Einer stirbt jetzt. Was? Crit und der lebt noch? Okay, dann sind die Großen langsam out. Wir gehen zum Angriff über. Jawohl, Sir. Hm. Dann lieber den. Ja, Plasmagewehr. Hat funktioniert. Ich bin schon auf dem Weg. Oh, schade. Habe Ziel verfehlt. Bring sie zur Strecke. Dum dum dum. Dum dum dum. Und du weg. Du 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 du. Ups. Da war einer. Also für Gegner, äh, für Leute hier brauche ich Deckung. Das ist ganz wichtig. Ziel bestätigt. Ja, natürlich kommen sie von dort. Klar. Warum nicht? Aber sie lassen jetzt die Villisten hier drin immer in Ruhe. Wo kommt der denn her? Sie versuchen uns zu flankieren. Verlagern den Angriff. Ich werde jetzt kommen von der Seite. Gesehen. Ich möchte. Ich bin dran. So. Du möchtest den mal bitte abholen. Ja, du musst den abholen. Wen siehst du da eigentlich? Ach, den. Klar. Ach, der hat keine Deckung mehr. Cool. Das ist schön. Einfach mal da hin. Ach, Mann. Diese Wichs-Gorilla, ey. Sterb. Geh sterben. So, könnt ihr euch mal da annehmen. Sind jetzt keine Zivilisten oder so da, ne? Ach, scheiße. Gleitschaden ist was? Ach so. Hm. Jetzt kinetischer Schlacht. Das wäre schön. Auf den Weg. Mit dem Crit auch noch und dann funktioniert das nicht. Das ist doch doof. 99% Trefferschancen. Ja, sauber. 19. 19 Crit. Das ist... Ah, und darf gleich direkt nochmal. Das ist doch schön. Das ist wie Sheeten gerade. Das hat Spaß gemacht. Können wir gleich wiederholen. Alles klar. Sieh, da sind... Ah, super. Da werden gleich zwei Leute sterben. Die sind dort hinten hinter dem... Hinter dem Scheiß-Laster. Ach, das ist doch teuer. Ja, klar. Das ist eigentlich auch gecheatet. Gecheatet. Dass sie da standen. Oh, Lobet. Er hat einen Crit verursacht an einen Zivilisten. Das ist ja auch eine große Kunst. Ja, komm zu mir rein. Ja, sehr schön. Gut gemacht. Meine Richtung ist genau richtig. Bin unterwegs. Dann stehe ich einfach mit ein. Einfach mitten in die Tür. So. Er will nichts. Ich hasse das, wenn die Gegner... Das ist einfach kacke. So. Geh da hin, dann müsstest du... ...wann ich auch sagen können. Hau ab. Oh, da saß du auch. Das ist doch, Alter. Kinetischer Schlag wäre, glaube ich, geiler gewesen. Ich habe keine Munition mehr. Weißt du, wie mich das so interessiert? Richtig, nichts. So. Wen siehst denn du? Ach, den da hinten. Das ist ja immer geil. Einer weniger. Wie sich die Grafik gerade schön nachgeladen hat. Episch. Und ich möchte gerne... Der ist leider in der Luft. Ich möchte aber trotzdem gerne, dass du hierhin gehst. Warum rennt der gerade auf mich zu? Was soll das? Ja, wenn du so drauf bestehst. Bitte. Brennen. Brennen. Das ist die Frage, von wo wird er gesehen? Können wir den einfach von dort sehen? Wollen wir da die Tür aufmachen? Ne, natürlich nicht. Schade. Mist. Muss also auf Feldpaus bleiben. Dann möchte ich, dass du da hingehst. Und der Zivilist weg ist. Aua. Boah, das ist fies. Steht auch direkt daneben. Wieso lebt denn da denn noch einer? Ja, du darfst nichts mehr machen. Du hast zwei Züge gemacht jetzt. Gut. So, aber du hast einen kinetischen Schlag frei. Im wahrsten Sinne. Auf dem Weg. Wir mussten ein bisschen zurücklaufen. Tod und vergessen. Tod und vergessen. Geil. Gut, da sind noch Zivilisten, aber das ist okay so. Wir haben im Moment Hälfte der Hälfte, also Gleichstand. Serano, ich möchte, dass du da hingehst. Und den umbringst. Kannst du das machen? Probier mal. Sehr gut. So läuft's doch. Mit Plasma-Waffen ist alles besser. Der ist noch da. Der hat aber auch... Uh, der hat Volldeckung da. Wieso denn das? Achso, weil... Ja, weil's so ist. Und da halbt der. Das heißt, der kann da sehen. Gut. Die kann da sehen. Ey, da ist... Uh. Ups. Ja, das kann ja nichts werden. Verflucht. Wir brauchen hier mal Unterstützung. Das ist nicht gut. Ich mach mich los. Er braucht mal Heilung. Zehn Treffepunkte. Krass. Direkt voll geheilt. Verflucht. Da ist nicht gut. Ich mach mich los. Ich mach mich los. Ich mach mich los. Untertitelung des ZDF, 2020